Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, es ist schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vor Ihnen steht ein überzeugter Dieselfahrer. Am heutigen Tag geht es mir aber nicht darum, dass nur Leute wie ich, die sich einen neuen Diesel der Euronorm 6D leisten können, in Stuttgart Auto fahren können, sondern es muss wieder für alle Dieselfahrer in der Region möglich werden, meine Damen und Herren. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie diese Fahrverbote zustande gekommen sind in dieser Stadt. Zunächst haben ja die Grünen den Menschen erzählt, der Böse, das ist der Benziner. Der Benziner sorgt für den Klimawandel und die Leute sollen doch Diesel fahren, weil das für den Klimawandel besser sei. Und deshalb gab es auch Subventionen auf den Dieselpreis, meine Damen und Herren. Und dann haben grüne Ideologen gemerkt, dass allein mit dem Kampf gegen den Benziner das Automobil nicht zu besiegen ist. Dann hat man in einer zweiten Runde den Feinstaub entdeckt. Da hat man dann gemerkt, dass der Feinstaub, der kommt eigentlich gar nicht aus dem Auspuff. Wenn nämlich Winfried Herrmann von den Stuttgarter Höhen mit seinem Fahrrad runterfährt, dann leistet der Reifenabrieb mehr Feinstaub als aus dem Diesel aus dem Auspuff herauskommen, meine Damen und Herren. Und dann, als es mit dem Feinstaub nichts war, hat der Autohasser Herrmann mit einigen anderen zusammen das Stickoxid entdeckt. Und mit diesem Kampf gegen den Diesel, meine Damen und Herren, wird alles in diesem Land aufs Spiel gesetzt, was Generationen erwirtschaftet haben. Wir sind nämlich ein Automobilstandort in der Region. Und zigtausende leben von der Automobilindustrie und noch viel mehr von den Zulieferern. Das alles macht diese Politik kaputt, meine Damen und Herren. Und wer zahlt die Rechnung? Die Rechnung zahlen Menschen, die im guten Glauben einen Diesel gekauft haben. Nicht um zum Vergnügen durch die Landschaft zu fahren, sondern beispielsweise um jeden Tag nach Stuttgart einzupendeln, um dort zu arbeiten und ihre Familien zu ernähren. Das ist der Grund, warum die Menschen Diesel gekauft haben. Und wer ihnen das verbieten will, der greift in ihre Freiheitsrechte ein und in ihr Eigentum. Und das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Und wie wird das Ganze begründet? Mit einem außerordentlich dubiosen Grenzwert. Seit einiger Zeit wissen wir ja, was dieser Grenzwert wert ist. Das wissen wir von Dutzenden von Lungenheilkundlern. Und wir wissen auch, wie dieser Grenzwert zustande gekommen ist. Da hat offensichtlich irgendjemand in den USA den Schadstoffausstoß eines Ofens geschätzt. Und kam auf 40 Mikrogramm Stickoxid. Und jetzt vergleichen wir mal, es wurde ja schon gesagt, was in den USA üblich ist. Und schauen uns zum Beispiel an, dass am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm möglich sind. Und dann will man uns erzählen, 40 Mikrogramm, da sterben die Leute dran. Wenn Sie einen Zug aus der Zigarette nehmen, wir als FDP wollen das im Unterschied zu manchen anderen den Menschen übrigens nicht verbieten. Wenn Sie einen Zug aus einer Zigarette nehmen, sind es Tausende von Mikrogramm. Und wenn Sie, nehmen wir mal an, da drüben am Neckartor wohnen, direkt am Neckartor ihr Fenster haben und es weihnachtet und Sie stellen einen Adventskranz auf, dann müssen Sie spätestens ab dem dritten Advent das Fenster aufmachen, damit die Luft wieder besser wird, meine Damen und Herren. Das ist die Fahrverbotslogik der Grünen. Und dann hat man den juristischen Weg eingeschlagen. Die ersten freundlichen Grüße an die Kollegen aus der CDU-Landtagsfraktion. Man hätte gegen das Urteil eines sehr eifrigen, sage ich jetzt mal vorsichtig, eines sehr eifrigen Stuttgarter Verwaltungsrichters, da hätte man in Berufung gehen können, dann hätten wir Zeit gewonnen, dann hätten wir jetzt kein Fahrverbot, meine Damen und Herren. Aber aus Angst vor den Grünen ist man zu einem Sprungrevisionsverfahren gekommen und deshalb hat die CDU, meine Damen und Herren, erheblichen Anteil an der Tatsache, dass es in Stuttgart jetzt Fahrverbote gibt. Aber auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes eröffnet Spielräume. Da steht nämlich in diesem Urteil drin, Fahrverbote sind möglich. Es steht nicht drin, Fahrverbote sind nötig. Und es steht in diesem Urteil, sie sind möglich, wenn sie angemessen und verhältnismäßig sind. Meine Damen und Herren, diese Fahrverbote sind nicht angemessen, sie sind nicht verhältnismäßig und deshalb sind sie auch nicht zwingend in dieser Stadt. Und jetzt gibt es eine unheilige Allianz zur Durchsetzung von Fahrverboten mit dem eigentlichen Ziel, den Verbrennungsmotor und das Automobilzug kaputt zu machen. Das ist das Ziel von Winfried Herrmann, meine Damen und Herren. Und diese unheilige Allianz ist nur möglich, weil die deutsche Gesetzgebung Vorschub leistet mit einem unsäglichen Abmahnverein, namens Deutsche Umwelthilfe, wo manche sagen... Wo manche sagen, meine Damen und Herren, diese Deutsche Umwelthilfe habe mehr mit der organisierten Kriminalität zu tun als mit dem Umweltschutz. Aber glücklicherweise sind ja Teile der CDU zur Besinnung gekommen. Im Übrigen, lieber Kollege Kaufmann, mein Respekt. Ich finde es gut, dass Sie am heutigen Tage gegen Ihren eigenen Landesvorsitzenden demonstrieren. Das ist gut so. Die CDU hat nämlich kürzlich in einer Klausur in Schöntal beschlossen, wir wollen diese Fahrverbote nicht, wir wollen auch diesen Grenzwert nicht. Wir wollen den Grenzwert angreifen, um von diesen Fahrverboten wieder runterzukommen. Das haben wir begrüßt. Deshalb haben wir drei Tage später im Landtag von Baden-Württemberg genau diesen Beschluss zur Abstimmung gestellt. Und was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren? Die baden-württembergische CDU ist mit vollem Mund ins Kloster Schöntal hineinspaziert und mit voller Hose im Landtag von Baden-Württemberg wieder rausgekommen. Aber man wird ja jeden Tag klüger. Und in der vergangenen Woche hat Herr Strobl erklärt, Fahrverbote für Euro 5 Diesel werde es mit der CDU nicht geben. Ja, ja, Moment. Also offensichtlich ist es ja eine politische Entscheidung. Der politische Wille des Herrn Strobl reicht aus, um Fahrverbote für Euro 5 zu verhindern. Dann frage ich mich allerdings, warum sein politischer Wille nicht ausgereicht hat, um die Euro 4 Fahrverbote zu verhindern. Das passt nämlich nicht zusammen, meine Damen und Herren. Wir als FDP fordern ein Moratorium für alle, für alle Fahrverbote in diesem Land. Denn sie sind nicht notwendig, meine Damen und Herren. Ein Moratorium von zwei Jahren. In der Zeit schaffen wir es, mit Maßnahmen zur Luftreinhaltung die Luft noch sauberer zu machen. In der Zeit schaffen wir es hoffentlich auch zu belegen, dass dieser Grenzwert außerordentlich dubios ist. In dieser Zeit schaffen wir es, vielleicht alternative Antriebssysteme weiterzubringen. Wasserstofftechnologie, synthetische Kraftstoffe. Das ist die Zukunft, nicht allein die Elektromobilität. In dieser Zeit schaffen wir es vielleicht auch, dafür zu sorgen, dass diese Messstationen dort stehen, wo sie hingehören, wo sie nämlich einen durchschnittlichen Wert messen und nicht einen Maximalwert mit dem Ziel eines Fahrverbots. Auch diese müssen versetzt werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es notwendig, diese Fahrverbote, und zwar alle Fahrverbote, auszusetzen. Und es ist gut, meine Damen und Herren, dass Sie hierher gekommen sind am heutigen Tag. Und ich hoffe, wir, ich hoffe, Sie kommen wieder. Und zwar so lange, bis all diese unsäglichen Fahrverbote aus dieser Stadt hinausgefegt sind, meine Damen und Herren. Vielen Dank.